so technische probleme wohnen ich finde mein ding dazu mal technische probleme aber gibt es nicht mehr wird gleich ausgemerzt da ist er wieder offiziell jetzt so kauf ich mal doch ob der block ploppt auch noch und also zentos zentos alles klar gleich ist es soweit durchjagen rein so jetzt habe ich alle blüten auf 10 war nicht lang genug für die mushrooms muss ich noch dunkel machen dass das überhaupt funktioniert das kacke mutschrums ich will dich ja nicht ich will dich ja nicht ärgern willst du schlafen knistern ist da das knistern ist da ganz leise ganz leise nicht so extrem laut ich habe es gehört ja ich verarschte ich sage wenigstens ich höre nichts von auch ganz leise das du nix hörst ist normal ich habe keine ahnung und wann das liegt es hat er ganz leicht ich sagte vorher bevor es dauerhaft ist oder wieder irgendwo herkommt ich würde es hören auf den ohren was hast du gesagt er kam er mir gerade irgendwie wie gesagt grafikkarte vermutlich mal ganz ganz fopo ja doch das kind ist dann nass und wenn ich den channel lauter mach ok ja keine ahnung egal du bist ein bisschen kacka sag nie wieder kacka da kam es gerade wieder du bist kacka vielleicht ist kacka kacka nicht machen nicht machen warum nicht hört man das ja und ich höre ganze zeit so ein klacken im linken ohr was ist da warum kann er jetzt vom sprinkler kommen hier warte mal habe ich von mir nicht mal gehabt ich habe keine ahnung woran das liegt bei mir ist alles in ordnung keine ahnung von mir kommen was komisch ist ich habe mir nicht eben im test nochmal kurz getestet habe ich aber in der aufnahme erstmal gemutet weil sonst wäre das scheiße naja alles gut ist ja nicht so übertrieben sag mal gibt der schlimmeres da hast du recht hat sich da was geändert hat sich da was geändert grad hallo zum knistern oder was ne generell jetzt grad weiß ich gerade nicht kann ich dir nur wieder auf dauer sagen ich werde jetzt nicht sofort sagen kommt der watsch noch zwischendurch was willst du da hat sich schon mal nix am knopf rumdrücken meinst du jetzt wegen dem klacken oder wegen dem knistern ja generell grad knistern tut es nicht na grad das kam gerade nur einmal pro minute oder so ach so na dann kam jetzt nicht so wie beim letzten wo das so dauerhaft war wo es mir auf den sack ging jetzt ging es ja noch Handy auf zu blinken nein Nachricht nicht angucken in der ganze zeit so ein hellblaues blinken im augen Plimp Plimp Handy Machst du ich komm wieder zurück ans mikro aber flott mit dir nein ist aber zackig vielleicht schon zack Kotkop selber Kotkop 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 selber nein oh doch eigentlich nee ne 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 hey Da auch das Das muss bei dir liegen oder das ist über die leitungen probleme leitung bit die leitung an die 3x konnte man auch werkzeug dranhängen sagt das hier drei slips schon irgendwo hingestellt komisch alles 16 dann kommt hier einmal die hau dran und wenn das wird spitzacke die man 14 dass du das nicht hörst gerade ne ich höre das nicht ist wirklich so ich muss dir den ausschnitt da mal zeigen zeigen von der aufnahme aber ich weiß dass du meinst das klacken ist auf jeden fall weg ich dachte erst das kommt von den springklammern weil sie angeschlossen sind aber das ist ein bisschen ulkig alles gut zu sagen erst mal da ist sie halt nicht diese extreme wie beim letzten wo es extrem schlimmer dies laute knistern was hast du denn gemacht gerade eben wieder an und steckplatz genommen nimm mal den steckplatz wieder zurück warum weil das jetzt gerade wie gesagt man lassen steckplatz geändert gerade eben ja ja erinnert nochmal bitte warum ja weil der davor besser war warum war der besser weil der nicht so geknistert hat weil jetzt ist das knistern wieder da das war echt ulkig man hat den steckplatz englern vor aber heute noch ne jetzt höre ich gar nichts ich habe den gerade eben geändert gehabt hey ok und er knistert hier nicht nur so oder was mhm ok lärm was kriege ich hin ich verstehe es nicht ok vielleicht hat er eine grafikkarte wieder noch irgendwas weggekriegt gerade ja aber ich habe das ja eine soundkarte angeschlossen ok komisch gemischt warte mal ja deswegen ja Voll ulkig, wie gesagt. Ja. Pop, 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 pop. Wie fällt habe ich denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. So, eins, zwei, drei, vier. Ich kann nutzen und Gold, mehr Gold habe ich noch einen, toll. Eins, zwei, drei, vier. Gold bräuchte ich gleich noch mehr. So, was sagen eigentlich meine Quops? Quops. Ich muss wieder was züchteln. Züchteln? Züchteln. Züchteln, münchteln. So, dann eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, drei, vier. Vier. Schien gut Platz, wo ich reinwerfen kann. Da. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, zwei, Eins, zwei, drei, vier. Die ist noch vorgezüchtet oder nicht. Vier. Zwei, vier. Acht, ab. Sie, erzählt. Zwei, zwei, drei. Bauen wir, bauen wir, bauen wir, bauen wir, bauen wir. Bauen wir, bauen wir, bauen wir. Bauen wir, bauen wir, bauen wir. Da habe ich mal einen Tate vergessen. Ich weiß, das ist noch schön. Hm. Keine Ahnung. Ja. So ist das. Mach' ja mal so. Eins, zwei. Da vorne auch ein Stück. So. Knochen. 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 Ich hab' jetzt ja. Ich hab' einen Miel. So. Und so. Und so. Jetzt habe ich alle 16. Die. Fahben. Die. Viermal angepflanzt. Hat was. Ja. Die Springler machen jetzt die Arbeit. Ja, die restliche Arbeit. Hä? Die übertreiben jetzt die Springler. Nochmal. Ich sag' die übertreiben machen den Rest jetzt die Springler. Ja. So naht. So. Man, das ist okay. Krieg's sogar an. Hiiii. Zack. Hotch. Der klasie. Und sich re ее schütze. Der kuljetmeter. Und 방송. Der kuljet.